Hey Jungs, Willkommen zu Pokémon. Geht jetzt hier weiter mit Misch? Ich hab kein Nickle. Ja, okay. Mein Name, herzlich willkommen zu einem Part von Let's Change Pokémon. SoulSilver, lang ist es her, lang ist es her. War überhaupt. Ne, ich war einfach nicht da. Okay. Wo sind wir eigentlich? Was will denn da von mir der dicke Typ? Hey, da. Ja, dich meine ich. Könntest du da mal einen Kollegen suchen? Er ist abgehauen, das war der Niklas. Dieser Müsli. Dieser Müsli-Gänger. Müsli. Ich höre dir selbst so, das kann ich nicht weg. Warum nicht? Spaß, er ist hier drin. Ich dachte voll, der kotzt, das weiß ich. Nicht kotzt im TeamSpeak. Jungs, guckt euch alle nicht kotzt im TeamSpeak an. Pantimus. Ach, wie ich meine Pokémons vermisst habe. Ampelleuchte. Ach leid. Oh ne! Zieht aus wie du. Soll ich jetzt dann mal dein Skype-Bild vorne dran setzen? Mach. Nein. Oder ein Real-Life-Bild von mir. Ach ne, das passt gar nicht hin. Hehehehe. Oh, es bockst mich Niklas, mach's tot, schnell! Ich steck durch. Los Niklas, mach's doch noch! Und ja, wir wollten ein Thema ansprechen. Was? Du weißt schon. Nein. Ich weiß nicht. Ne, jetzt sagst du ein Thema. Also, das Thema, worüber wir heute reden wollen... ...sind Pokémon. Ich weiß nicht, man. Nein! Ich weiß! Was für ein Pokémon? Krokodile. Ja, Krokodile machen ganz so laue. Hast du früher eigentlich Kampf der Tiere geguckt? Das war super, äh, wo die immer so Roboter gebaut haben. Äh, ja, genau. Und dann haben die immer so verschiedene Tiere gegeneinander kämpfen sollen. Ja, man, war assi cool. Oh, hab ich mich erschrocken! Lukvi. Ich hab ja immer noch so'n... ...Kochschläger. Ich will nur, dass du weißt. Was? Dass ich dich liebe und so'n Scheiß. Halt's mal! Weißt du was? Weißt du wirklich? Ich schreib SMS. Hab sie so oft gecheckt. Ich hab vergessen, worüber wir geredet haben. Über Kampf der Tiere. Achja. Achja. Ich hab da den Löwen gehasst. Der Bär war immer voll cool. Du bist fett wie ein Bär. Oh, wo ist denn der dicke Typ, der schläft? Kämpf mit mir. Ey, drin kämpft. Was denn? Oh, schon gemacht. Wo war's denn? Wo war's denn? Ich muss kurz auf Facebook. Nein, musst du nicht. Nee, muss ich auch nicht. Hä, wo ist denn der dicke Schläfer? Ich bin auch hier. War der nicht hier oder so? Mies. Miesmuschel. 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 Mann, wo ist denn der? Der geht mir voll auf die Piperze. Was ist der da? Kennst du Bernie und Erd? Ey, kämpf mit mir. Hallo. Äh, ja. Dann hasse ich dich jetzt. Hat sich dann auch geklärt. Komm, können wir Heuer machen? Das war voll erschrocken, dass er ein weiches Bett ist. Schlafenszeit. Loll. Geil. Macht das hier Angst? Was ist da? Dicke Ärsche. Da ist er! Los, du schließ den vor. Naja, liest du lieber vor. Mann. Weil bei mir ist das doch so verzögert mit Skype und so. Mach! Was sagst du da? Willst du eingeschlafen sein? Pa, so eine Frechheit. Kein Seemann, der etwas auf sich hält, würde zu so einem Zeitpunkt seine Arbeit vernachlässigen und schlafen. Hör auf, mir etwas so zu unterstellen. Äh, zu wollen. Ich kämpfe lieber mit mir. Ich kämpfe lieber mit mir. Alter, du bist du. Mach Hallo. Ich bin böse. Ich hab Muskeln. Ist hier voll abgemagert, was das Vieh. Oh, dass du nicht abgemagert bist. Lügt meinen Bauch. Sieht echt voll abgemagert aus. Ah, wie ich's getotet hab. Oh, nicht schwer, da ist es auch. Ah, ja, ja, ja. Mach Schock. Mach Schock, Morguck. Mach Schock. Los, Hitte. Ist das jetzt deine erste Aufnahme nach deinem Urlaub? Ja. Nein, ich hab doch gestern aufgenommen, Morgung. Morgung, doch so weit, Games. Jungs. Ich mein ja Pokémon. Jaja. Du bist dabei. Ah, genau als der Weckruf gesagt hat, musste ich mich schlecken. Schlecken? Oh, meine Puppe hat sie. Puppe hat sie, Schmatze. Puppe hat sie. Jungs. 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 Oh, dabei ist Juni. Jungs. 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 Es gibt die Attacke Megahorn Ich muss immer an mich denken Jo, was denn los hier? Die Milch legt mir die ganze Zeit in den Ort, dass er mit mir spielen will Aua, Aua, lass doch bitte mein Ohr los Einmal Small Kapitän, spielst du mit mir? Wär's langweilig, wir spielen Voll die sexkranke Tuste Hä? Heißt du, du spielst mit mir und nicht er? Klasse, das spielen wir jetzt zusammen verstecken Los, mach die Augen zu Ich hab's aber auf Tschüss Wie geht's? Kleine Kinder suchen Hans Ist gut, ne? Das ist schon pervers Wo ist denn die Bitch jetzt eigentlich? Und ich schreibe SMS So ein richtiger Hans-Entertainment-Moment Da, Alter, ist sie auch Oh nein, du hast mich entdeckt Na gut, dann geh ich langsamer zurück zu meinem Opa Wie ist das? Mein Opi Hallo, da bin ich wieder Dunkel Der Onkel, ja Und ich habe auf dem Schiff verstecken gespielt Ey, Marcel war der Name, oder? Vielen Dank, dass du meine Enkele bei Laune gehalten hast Weißt du was? Ich möchte etwas sagen Hier, bitte nimm das Ein Metallmantel Kann der uns nicht einfach Geld tun? Oh, ein Oranders-Diablet Oh Ich weiß nicht, sind wir jetzt ein Kanto oder ein Yoto? Ich weiß das echt nicht Ein Yoto Ja? Keine Ahnung Ist eine 50-50 Chance Wo ist mein Beutel? Mep die Karte, wo ist Mep? Wir brauchen Mep, die Karte Hä, wo habe ich meine Karte? Habe ich keine Karte? Hat er auch in den Poké gekommen Jetzt könnt ihr sehen, wie viel Uhr wir haben Kanto Bist du scheiße, ne? Hatte ich recht? Du hast doch Yoto gesagt Ich habe Kanto gesagt Jetzt muss ich nochmal gucken Das war ein Witz Ja, wir sind in Kanto Ist das nicht schön hier? Das Wasser? Boah, richtig gut animiert, Junge Und damit herzlich willkommen in Kanto Oh, jetzt ist irgendwie alles anders Alter Voll Gott, Alter Um ein Haar hätte es geklappt Ich dachte, ich könnte es wie Koon überraschen Wenn ich ihn hier auflauern würde Aber wie soll man schon Ein Pokémon fangen, dass was Wasser laufen kann Ich habe es wie Koon jetzt allerdings Lange genug verfolgt Um allmähliche Regeln zu erkennen Nachdem es handelt Südkunde erscheint vor allem an Orten Wo es Wasser gibt Demnach würde bedeuten Das Tut mir leid, Marcel Ich muss sofort weiter Was? Guck mal Von hier sieht aus Das ist wie ein Inder Wer? Da ist Oh ja, ich muss beten Oh ja, ich muss beten Ich bin gerade sechs Guter Balli Habe ich Zerschneider? Du brauchst Schneider dafür Würde ich dir nur gesagt Da ist doch Zerschneider Siehst du es? Ich habe es da gefunden Ich muss meinen Opfer Ich biete kurz zu euch böse bin Bin so böse bin so böse bin so böse bin so böse Aber auch nur, weil ich hier hin will Voll schon gar nicht Hey Penner Das Latios Latios Ey Luria Das Togepi Togepi Ich kann mich so gut mit Pokémon aus Ohne Schein Du bist ja echt der Pokémon-Profi Die ist doch nicht Dings Früher auf Sky Danke, dass du mir die Frage beantwortet hast Wasst du? Ne, ich hasse dich Will mal Jo, dicker Typ Hey du, zukünftige Legende Du hast dein Glück Das fallen dieser Arena Waren kurzzeit außer Betriebe Jetzt funktionieren sie wieder Oh, ne Was denn? Wie oft hast du dieses Spiel jetzt schon durchgespielt? Ganz oft Doppelkampf ohne Scheiß Ich werde jetzt so bumsen Guck mal, das Ding passt nicht mal zwischen die Eimer Alter Der mit mich und dich Ich hasse dich über alles Blitzer Oh Schweino Frechstart Ich habe gerade meine Hand am Sack Down 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 Downy Downy Imfalls down Ich glaube, ich mache das mal richtig langen Part Du bist so richtig süß, Marcel Warum? Dachst du nicht süß sein? Tut mir leid Aber la Ich mache die Arena nicht zu Ende Weil er doch auch erscheiß nicht Wie hast du diesen Smiley bei Flugvieh hinbekommen? Im Chat Das sieht aber auch aus So ein Bikini Du bist so dumm Nein Tschüss Flugvieh Das ist ein cooler Name, oder? Flugvieh? Ja Nee Du hast mein Leben Meinst du, der ist down? Downy Junior? Nee Ich habe ihn einfach nur angesprochen zu sterben Ja Weil deine Zurufe helfen nichts Ja siehst du Das demotiviert die Oh, der will ab für Flugvieh Ich kriege einen Anruf Weißt du was? Ich kann Leute, bis gleich Ja, da bin ich wieder Ich muss noch kurz bieten Weil ich gleich weg muss Was Wichtiges erledigen Boah, ist ja richtig wichtig Also ganz ehrlich Das ist echt überlebenswichtig Okay, Leute Ich speichere jetzt hier Der nächste Part zieht ihr bei JuliGutHD Okay Ich bedanke Niklas Mich bei Niklas fürs dabei sein Dankeschön Kein Ding für den King, ne? Ja, okay dann, ne? Ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute Haut rein Bis dann Ciao Ciao Mmh Vielen Dank.